Maximale Funktionalität bei weitgefächertem Einsatzspektrum. Unter dieser Zielsetzung entwickelt und vertreibt Econity 3D seit 2014 modular aufgebaute Anlagen für den laserbasierten 3D-Druck von Metallen. Dabei konzentriert sich der Technologieführer aus Aachen, der Geburtsstätte des metallbasierten 3D-Drucks, auf maßgeschneiderte Lösungen für Kunden individuelle Endanwendungen von Medizintechnik über Aerospace und Energie bis hin zu Automotive-Anwendungen. Unser extrem modulares Anlagenkonzept erlaubt uns dabei, Werkzeugmaschinen speziell für Kundenanforderungen herzustellen. Dabei versuchen wir täglich, die Grenzen des Machbaren aufzuweichen und so neue Standards zu setzen. Das Unternehmen begleitet dabei seine Kunden über die gesamte Wertschöpfungskette von anfänglicher Beratung über Machbarkeitsuntersuchungen zur Verarbeitung neuartiger Materialien bis hin zur Entwicklung, Lieferung und Aufbau maßgeschneiderter Werkzeugmaschinen für eine hocheffiziente Fertigung im industriellen Maßstab.